Einen wunderschönen guten Morgen. Die einen gehen, die anderen kommen. Ich sehe noch ganz schön zerzaust aus. Bin über Nacht jetzt wieder hier zurück an den großen Fluss gefahren. Ganz ruhig durchlaufen. Er ist ein bisschen kamerascheu. Die Jungs haben letzte Woche schon durchgeangert. Die fahren nach Hause. Ich komme an. Die ganze Nacht auf dem Buckel. Haare stehen ein bisschen zu Berge. Aber ich habe natürlich Bock jetzt zu angeln und bin echt am überlegen, was ich mache. Mein großes Boot. Bin ich gerade schon dabei, es aufzuteckeln. Aber ich habe natürlich auch einen kleinen Plan im Kopf und eine ganz interessante Idee, die 100 Prozent auch euch spannend interessieren wird. Ich weiß nicht, ob ihr auch wallertechnisch viel unterwegs seid in Urlaubfahrt, in Campsfahrt, irgendwo auch ferne Länder bereist. Und da beobachte ich immer das Gleiche oder verhalte mich auch oft gleich wie die anderen Angler. Wenn man jetzt in so einem Camp ankommt, ich bin jetzt gerade hier im Weltscamp am Po von der Familie Heiner hier am Po-Mittellauf. Das ist das Camp, mit dem ich schon sehr, sehr viele Jahre zusammenarbeite, wo ich auch meine geführten Angeltouren mache und wo ich auch selber privat sehr, sehr viel angle. Und man beobachtet immer das Gleiche. Wenn die Gäste anreisen, beladen sie alle ihre Boote und nehmen Reis aus. Nach oben oder nach unten. Umso weiter weg, umso besser sagen und denken die meisten Angler. Denn man versucht natürlich, dem Angeldruck zu entfliehen. Und die meisten denken, in unmittelbarer Campnähe ist der meiste Angeldruck. Hier ist der meiste Trubel. Hier stehen die meisten Boote. Hier starten die meisten Boote. Hier landen die meisten Boote. Also hier wird definitiv kein Wels zu fangen sein. Deswegen Reis ausnehmen und ganz, ganz weit weg fahren und dort natürlich auf unberührte Fische treffen. Ob das immer so ist und ob das immer so stimmt, weiß ich nicht. Aber das wollen wir rausfinden. Ich glaube, ich lasse heute Abend mein großes Boot hier am Steg stehen, packe meine sieben Sachen und werde jetzt einfach mal unmittelbar hier in Campnähe vielleicht gleich da drüben auf der anderen Seite meine Routen auslegen. Und bin mal gespannt, ob man dort Fische fangen kann. Ich glaube, die wenigsten Angler würden dort angeln. Ich werde es versuchen. Ich nehme euch mit. Ich packe jetzt erstmal ein bisschen Zeug in mein Schlauchboot. Wir fahren mal rüber, gucken uns mal an, ob man dort sitzen kann, ob man dort was aufbauen kann. Und das ist doch eine spannende Sache. Kann man in unmittelbarer Campnähe, in unmittelbarer Nähe eines Angelcamps Welser fangen oder ist das unmöglich? Wir versuchen es. Wir fahren jetzt mal rüber, schauen uns mal an, ob wir da sitzen können. Genau vis-à-vis vom Welscamp hier vom Bootssteg, wo alle Welsangler landen und abfahren. Vielleicht liegt das Gute oftmals näher als man denkt. Wir versuchen es. Auf geht's. So, ich hau mir jetzt schon mal schnell ein paar Sachen ins Schlauchboot, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Viel wird es nicht. Wir müssen ein bisschen abspecken. Alter, mein Schlauchboot sieht aus noch von der letzten Tour. Voll mit Wallerschlotz. Aber so muss ein Schlauchboot aussehen. Tisch nehme ich mit. Wir haben einen geilen Tisch, den werde ich euch nachher noch mal vorstellen. Ganz, ganz kleines Packmaß. Und wenn man älter wird, was ich definitiv geworden bin, ist ein Tisch beim Angeln nicht mehr weg. Zu denken. Früher war mir das alles wurscht. Aber mittlerweile finde ich es ganz geil, wenn man einen kleinen Tisch dabei hat, wo man ein bisschen Teckel drauf vorbereiten kann, wo man es ablegen kann. So, die Liege nehme ich noch mit. Jetzt fahren wir erstmal rüber und gucken mal genau gegenüber vom Camp auf die andere Seite, wo wir da sitzen können. Das ist auf jeden Fall eine Steinpackung. Da kommt mir das Schlauchboot recht. Da kann ich mit meinem großen Boot eh nichts anfangen. Im Schlauchboot werde ich da anlegen können. Fahren wir mal rüber. Echelot habe ich noch nicht mal drauf. Naja, dann wird es wenigstens eine richtige Probe. Fahren wir mal ohne Echelot rüber. Das wird noch oben im Auto liegen. Einen Angelplatz ausgewählt ohne Echelot habe ich auch noch nicht. Aber dann wird es umso spannender. Auf geht's! Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Das ist doch wirklich eine tolle Stimmung jetzt hier in dem Morgennebel am Fluss. Wahnsinn. Ich bin zwar richtig groggy, richtig müde. Neun Stunden Anfahrt hatte ich jetzt hinter mir. Aber angeln geht vor. Der komplette Bereich hier drüben ist ziemlich stark verwachsen. Aber hier habe ich jetzt eine größere Fläche gefunden, die entweder frei gespült oder frei geschnitten ist. Hier oben sieht es auch so aus, als ob da so ein Trampelfahrt runter geht. Hinten dran liegt genau der Ort. Es kann natürlich sein, dass hier irgendwelche Angler aus dem Ort runterkommen zum Fiedern oder zum Köderfischangeln oder zum Uferangeln. Wenn halt einfach irgendwelche Italiener sich hier einen Weg gebahnt haben. Aber das hier langt mir definitiv, um meine Bude aufzubauen. Wir können mal ein Stück weiter hoch gucken. Aber ansonsten würde ich den Platz hier schon nehmen. Aufbauen können wir uns hier was. Gehen wir mal raus. Ganz wichtig ist, wir haben hier eine Steinpackung. Ganz wichtig ist, direkt die Schnur vom Boot mitzunehmen. Weil sonst ist es weg. Und alle lachen sich im Camp drüben kaputt. Denn die gucken jetzt alle schon ganz skeptisch, was macht denn der Stefan da drüben auf der anderen Seite vom Camp. Der wird doch dort nicht angeln wollen. Der fährt doch sonst immer zig Kilometer weit weg. Und jetzt bin ich genau vis-à-vis vom Camp ausgestiegen. Also, schauen wir mal. Ganz wichtig. Das erste, was ihr immer gucken müsst. Erstmal machen wir mal schnell das Boot fest. Erstmal hier ein bisschen professorisch, dass es nicht abhauen kann. Das erste, was ich immer mache, ist zu schauen an so einem Platz, ob hier irgendwo Unrat noch rumliegt, Fußspuren sind, ein gutes Indiz. Das sollte man immer mitnehmen. Aber viele lassen sie liegen. Und daran erkenne ich halt sofort, ob hier schon mal oder in letzter Zeit geangelt wurde. Fußspuren sind definitiv hier keine. Außer ein paar Vöckel waren hier unterwegs. Aber ansonsten ist hier alles safe. Da kommen schon die nächsten Angler angefahren. Die gucken auch ganz ungläubig. Naja, ich bin gespannt. Jetzt gehen wir mal kurz den Weg hier hoch. Weil hier ist irgendwas frei gemacht worden, wo dieser Weg hier hinführt. Ja, wahrscheinlich hoch in Ort. Da sind wahrscheinlich irgendwelche Ortsangler, kommen wahrscheinlich hier runter. Ja, da oben ist der Damm. Das stört mich nicht. Dort, wo die einheimischen Angler fiedern, sollten doch auch Räuber unterwegs sein. Ich probiere es aus. Ich kann hier auf jeden Fall eine schnelle Nacht machen. Holen wir noch zwei, drei Routen rüber. Ein paar Köderfische. Und dann angeln wir mal hier in dieser Steinpackung. Genau gegenüber dem Putzanleger vom Wallerkamp. Ist doch cool. Spannend, interessant, macht nicht jeder. Probier ich aus. Ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen. Dafür, dass wir fast November haben, ist es wirklich noch merklich warm hier. Aber ich habe jetzt alles drüben. Ich habe jetzt alles hier rüber gefahren. Es ist doch mehr geworden, als ich gedacht habe. Kameraausrüstung und ein bisschen Angelzeug, ein bisschen was zu essen. Das einzige, was noch nicht am Start ist, sind meine Routen. Die stehen noch drüben im Boot. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt 13 Uhr. Ich kann jetzt in aller Ruhe hier mehr ein bisschen Platz machen. Zelt aufbauen. Heute früh war starker Nebel auf dem Fluss. Also es wird feucht. Sonst würde ich jetzt direkt ohne Zelt pennen. Aber nach der Anfahrt, die erste Nacht jetzt, auf jeden Fall mal ein bisschen Chili Vanille machen. Ich baue jetzt alles noch schnell auf. Dann fahre ich rüber, hole die Routen. Und dann fahren wir mal raus und gucken uns mal den Platz an. Echolot ist mittlerweile auch am Start montiert. Boot hier schön vorne. Den Stein, also sowas könnt ihr natürlich nur im Schlauchboot machen, so eine Aktion. Ein großes Boot könnt ihr hier definitiv nicht parken. Vielleicht mit Autoreifen oder irgendwas. Aber das ist mir viel zu viel Heckmeck jetzt für den Test. Hier in der Packung. Okay. Action. Aufbauen. Routen holen. Routen setzen. Der Test beginnt. Ich bin gespannt. Eigentlich kenne ich das gar nicht von mir. Normalerweise werden erst die Routen gesetzt und dann mit dem letzten Licht die Hütte aufgebaut. Aber heute haben wir Zeit. Da können wir es gemütlich angehen lassen. Ich bin gespannt. Hier ist übrigens unser neuer Tisch. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wirklich ein praktisches Teil. Ganz klein ist er zusammengelegt. Also ein Top-Ding für Boots, aber auch Uferangler. Dann könnt ihr den aufklappen. Die Linke hier an der Seite lösen. Beide rausklappen. Ich habe da unten so eine Netzablage rein gemacht, dass man noch Zange, Schere, Pfanne, was weiß ich, Kopflampe, irgendwas hier unten versteckt ablegen kann. Wird da gerade hier oben arretiert. Und man hat eine coole Arbeitsfläche. Einen sauberen Platz bei so Abenteuercamps, um sich schnell was zu essen zu machen. Ich mag das Ding. Finde ist natürlich auch dabei. Die wuselt hier rum und sucht irgendwelche Notgiers am Ufer. Ich bin schon so viele Jahre hier an diesem Fluss unterwegs. Aber es ist immer wieder Abenteuer und Spannung pur. Vor allen Dingen am Tag der Ankunft. Aber es ist jetzt auch mal schön, hier ein bisschen kurz zur Ruhe zu kommen. Einfach mal kurz alles sacken zu lassen. Und jetzt kommt nämlich mit die schwierigste Aufgabe. Oder was heißt, die schwierigste Aufgabe habe ich tausend Mal gemacht. Aber jetzt ballere ich noch schnell die Rutenhalter hier in die Steine rein. Ich werde eine Route Strom auf gegen die Strömung fischen und zwei Ruten Strom ab. Wenn die Rutenhalter sitzen, heizt sie schnell rüber zum Camp. Das ist ja alles jetzt in greifbarer Nähe. Ich hole meine drei Ruten aus dem Boot. Und dann können wir anfangen. noch schnell eine kleine Stärkung. Und dann geht's los. Ich bin wirklich gespannt, ob der Plan aufgeht. Die Belzangler im Camp haben alle etwas ungläubig geschaut. Die kamen von weit her jetzt wieder zurück. Haben sich neu beratschlagt. Und starten jetzt wieder weit weg. Mache ich auch sehr oft. Aber jetzt probieren wir es mal direkt vor der Haustür. So. Rutenhalter setzen. Wir suchen jetzt einfach hier irgendwelche Löcher in der Packung. Dass ich die drin verklemmen kann. Legen ein paar Steine dagegen. Und dann wird das schon passen. Ich schlafe ja hier an dem Platz direkt vor meinen Ruten. Jetzt ist alles am Platz, was wir benötigen. Ich habe mir drei Ruten vom Boot drüben geholt. Ich mache da jetzt auch überhaupt kein großes Hexenwerk. Wir haben einmal die EVAU-Pose montiert. Einmal zwei kleine Mikros direkt hintereinander. Und einmal die TREE-U-Pose. Das sind alles U-Posen, mit denen ich schon sehr gute Erfolge hatte. Vor allen Dingen jetzt in dieser Phase. Da können wir natürlich gleich neben dem Platz-Test, ob es direkt am Welscamp auch knallt, auch ein bisschen auf die U-Posen schauen. Ob es da Unterschiede gibt. Ich bin gespannt. Und jetzt werde ich erstmal rausfahren. Unseren festen Umlenkepunkt nach oben. In die Packung hier reinballern. Und dann können wir anfangen mit dem Auslegen. Die Ruten waren alles so montiert. Noch von der letzten Tour. Die Vorfächer haben alle Fische gefangen. Da wird jetzt überhaupt kein Schnickschnack gemacht. Kein Heckmeck. Raus die Teile. Und ab geht's. Hier vorne im Schlauchboot habe ich mein Stativ fest montiert. Damit ich auf jeden Fall euch coole Aufnahmen sammeln kann, falls hier bei dem Testversuchen Fisch kommt. Da seht ihr auch mal, wie sonst die Videos entstehen, wenn ich alleine unterwegs bin und die Drills filme. Ich schlage dann den Fisch an. Ich stecke meine Kamera auf dem Stativ drauf und kann so perfekt alles, was passiert, in Szene setzen. Also für die Jungs, die selber gerne mal einen YouTube-Film oder irgendeinen Film auf privater Basis machen möchten. Dann können wir das Stativ vorne ins Schlauchboot, wenn ihr alleine unterwegs seid, fest vorne an der Bootsspitze fixieren. Also dass es auf jeden Fall nicht kippen kann. Sonst kann es nämlich sein, dass die Kamera über Bord geht. Dann könnt ihr eure Kamera vorne drauf setzen und könnt alles aufnehmen, was ihr so tut. Hier habe ich jetzt schon im Boot den Bomber Hunter Stick vorbereitet. Den werden wir jetzt da oben in der Packung an einem heißen Bereich schräg einsetzen. Die Steine reinklemmen mit einem festen Umlenker, mit einem Karabiner. Den Platz suchen wir uns jetzt. Auf geht's! Ich fahre jetzt erstmal hier diese Packung entlang, im gleichen Uferabstand, um vielleicht irgendwo eine Unregelmäßigkeit zu finden. Also vielleicht irgendeinen Sprung von der Packung unter Wasser. Hier jetzt zum Beispiel geht es gerade von 10 Meter auf 7 Meter hoch. Und solche Bereiche, denke ich, sind dann auch die Punkte, wo die Fische zum Fressen reinlaufen. Hier vorne ist ein ganz imposanter, sehr auffälliger Strudel. Fällt einem schon vom Auge her auf. Viele Welsangler vermuten immer, dass so eine Steinpackung überall gleich ist. Einfach stur, Kerzen gerade zum Grund runter schießt. Aber oftmals gibt es da schon Unebenheiten. Und solche kleinen Kanten in der Steinpackung können dann oft ganz, ganz wichtige Indizien für einen guten Angelplatz sein. Hier dieser kleine Hügel des Anstiegs, ca. 1 Meter hoch gesprungen die Packung, bei gleichbleibendem Uferabstand vom Boot. Sieht für mich ganz spannend aus. Hier werden wir unseren Umlenker setzen, unseren Umlenkstab hier in die Packung reinklemmen. Es ist jetzt natürlich ganz wichtig, dass wir einen Punkt finden, wo er richtig gut verklemmt werden kann, damit er uns nicht flöten geht im Biss. Aber das sieht ja hier ganz gut aus. Steht schön über die Packung raus. Der hält. So, da fixieren wir jetzt oben einen festen Umlenker dran. Der dient dazu, dass unsere Schnur, die gegen die Strömung jetzt nach oben gespannt wird, die U-Posen-Montage perfekt umlenkt, knapp in die Steine rein. In dem Fall, wenn ich nach oben gegen die Strömung angele, angele ich fest. Also der Fisch darf nicht abreißend auf mich zukommen, denn sonst würde die komplette ausgelegte, gespannte Schnur nach oben zusammenfallen, die Steine hier reinfallen. Ich schiebe den jetzt noch ein kleines Stück zurück. Das passt. Der Nachteil natürlich bei dieser festen Umlenkmontage ist, dass ich erst nach dem Biss mit dem Boot unter Druck hier hoch muss, meine Schnur ausklinken muss und kann dann erst den Fisch frei drillen. Ich bin alleine unterwegs, aber das kriegen wir hin, wenn der Biss kommt. Bei der Montage, die wir jetzt nach oben fischen, habe ich oberhalb der U-Pose einen kleinen Schwimmer montiert. Der ist dafür da, um den Druck aus der Montage zu nehmen, nachdem das System in der Steinpackung abgelegt wurde und vom Ufer gespannt wird. Nachdem also die U-Posen-Montage ihren Platz gefunden hat hier in der Packung, fahre ich mit der Route hoch an unseren Umlenker. Da hängt er. Und klinke oberhalb des Schwimmers meine Montage ein, gehe nochmal auf Fühlung, dass die Schnur vom Schwimmer zur Montage auch nicht so sehr unter Druck steht, dass es schön schlaff durchhängt. Fixiere dann oben im Schwimmer ein Blicklicht und fahre direkt zurück zu meinem Angelplatz und bringe alles auf Spannung. Schleiffläche 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 10-23-4-23-255-J-255-J repte Schleiffläche Schleiffläche 1-24-356-502-232-255-J-80ada Untertitelung des ZDF, 2020 Die erste Route nach oben sitzt, die Bremse der Multi nach oben in den festen Umlenker habe ich ein bisschen weicher eingestellt, damit der Fisch nach dem Biss durch den Karabiner-Schnur nehmen kann. Weiter geht's, bloß abwärts. Die unteren Routen, stromabwärts gezogen, sind nicht so ein riesen Heckmeck wie der feste Umlenker gegen die Strömung, also unten angeln wir komplett frei. Wir benutzen aber hier den wahrscheinlich genialsten Umlenker, den es auf dem Wallermarkt gibt. Den nutze ich in der Steinpackung zur Führung meiner Hauptschnur nach dem Ablegen der Montage, damit die Schnur auf keinen Fall die Steine berührt, wenn der Fisch dann richtig Gas gibt. Ich kann den Winkel meiner Schnur schön umlenken, also dass die Wälzer auch die jetzt die Packung hier entlang ziehen, sofern sie kommen, nicht auf meine gespannte Schnur treffen. Wir suchen uns jetzt einen schönen Spot. Ich möchte jetzt die weiteste Route nach unten etwas tiefer ablegen. Wir gucken mal, was wir finden. Wir setzen dann oberhalb des gewählten Angelplatzes unseren Umlenker in die Steine rein, dann wird die Montage abgelegt, über den Umlenker zurück zum Angelplatz geleitet und dann haben wir eine ganz sichere Richtung, Linie zu unserem Köder. Schauen wir mal, was wir finden da unten. Hier könnt ihr schön erkennen, wie die Packung jetzt direkt hier richtig in die Tiefe runterrasselt und diese Stufen hier, die meine ich. Das sind so kleine Bereiche in meiner Packung, die kurz geradlinig werden und genau dort probieren wir unseren Köder zu setzen. Wir suchen uns jetzt hier einen festen Bereich, zwischen den Steinen, wo unser Umlenker mit reinpasst. Der muss richtig fest sitzen. Der darf auf keinen Fall kippen, wenn der Biss kommt. Der müsste hier ein bisschen rumfuddeln. Und immer die Umlenker ganz nah an der Wasserkante setzen, also nicht zu weit am Ufer, damit der Umlenker auch wirklich seiner Aufgabe gerecht werden kann und die Schnur schön von den Steinen umlenken kann. Hier sitzt der perfekt, bombastisch. Auch in einer richtigen schönen Höhe. Das gefällt mir gut. So, jetzt setzen wir die Montage. Das gefällt mir gut. Die Arbeit ist geschafft. Genau mit dem Sonnenuntergang sind wir fertig geworden. Ganz wichtig ist, wenn ihr mit dem Schlauchboot in der Packung angelt und angelt dann auch relativ nah vor den Füßen, dass ihr alle Störquellen aus dem Wasser rausholt. Also auf jeden Fall Geberstange hoch, Motor hochklappen, das Schlauchboot hier vorne in der Steinpackung unter Spannung angelegt, stört keinen Fisch. Aber wenn jetzt euer Motor oder die Geberstange, das könnte ein erfahrener Fisch als Gefahr deuten. Ja, die Köder sind gut aktiv, schauen wir mal. Achtung! 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 Jetzt scheinen die erst mal zu hängen. Oder Fisch, Jungs? Soll es rum? Boah, steht gut unten. Wahnsinn! Das Gute liegt oft so nahe. Nach dem Fehlbiss habe ich schon gedacht, oh je, die Fische kennen hier alles. Aber... Da kommt er langsam. Zwei Mikros sind der Bringer. Mega! Mega Fisch! Ich wollte eigentlich nur pennen heute Nacht. Da kann ich jetzt nochmal verstehen. Ja, bis jetzt mal machen. Nein, ich habe mir das Gefühl, das ist sehr klein. Alles. Ich muss mich nicht behalten, ich bin sehr leid. Ich muss mich nicht gut gucken, wenn ich mir... Da kommt ja eine komplette Bombe rein, Jungs, direkt vom Camp, eine richtige Murmel, Wahnsinn. Schaut euch diese Murmel an, geil. Ich hoffe die Kamera ist richtig eingestellt, ich kann es selber kaum erkennen, richtig starker Fisch. Ich freue mich, die Aktion hat sich gelohnt. Geil, danke, du darfst gleich zurück. Schlafanzug ist versüfft, Hände sind blutig, aber der Fisch ist gefangen. Das Gute liegt oftmals so nahe. Weiter geht's, vielleicht kommt noch eine. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe schon wieder Sack und Pack zusammengerafft und ich denke, es war doch der beste Beweis, dass oftmals das Gute liegt auch sehr nahe und man nicht immer weite, weite Wege vom Camp fahren muss, um Fische zu fangen. Also auch direkt hier vor den Haustüren sind Fänge möglich. Ich hoffe das kurze Video hat euch gefallen. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen, viel Spaß beim Angeln. Bis zum nächsten Video, euer Stefan. Ciao, ciao.